Hallo Freunde, ich bin's, euer Tahir. Wir befinden uns momentan alle in einer neuen, aber auch sehr negativen Situation, weshalb die Laune natürlich bei dem einen oder anderen im Keller ist. Ich habe mich gefragt, wie ich dieses vielleicht positiv verändern kann und habe diesbezüglich aus dem letzten Jahr einige meiner Videos, die ich bei Minusgraden gedreht habe, hier in Griffenbrück und in der Umgebung zu einem Video zusammengeschnitten. Ich hoffe, dieses Video zaubert dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr es gerne teilen, liken und verbreiten, wie ihr mögt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne folgen auf Instagram oder Facebook. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020